. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Jetzt müssen sie aufpassen. Er schießt von weit draußen. Naja, warum nicht? Boetius. Sie können über außen kommen. Oh, da ist er durch. Die Szene geht weiter nach diesem Block. Cari Molisivo. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Die Ecke kommt. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Ja, könnte was werden. Da kommt er gerade noch so an den Ball und lenkt ihn über das Tor. Gibt Ecke. Jetzt der Eckball. Und die Situation geklärt. Schön vom Ball getrennt. Das war eine wichtige Aktion. Gut gemacht, der hat den Ball erobert. Da ist er alleine durch. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Sie klären. Chor. Boetius. Mainz, weiter im Ballbesitz. Abwehr muss aufpassen. Jetzt kommt die Flanke. Tolle Möglichkeit, aber sehr, sehr gut gehalten. Schöpf. Abwehr muss aufpassen. Sie kommen. Aber der Ball ist jetzt erst mal weg. Chor. Ja, mit viel Übersicht. Irgendwann, Buschi. Irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Da schauen wir uns das Tor doch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann gibt's da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar. Ist doch technisch klasse. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie's hier weitergeht. Robin Hack. So, Vorteil nach diesem Fall. Können sie das für sich nutzen? Und jetzt erhalten sie doch den Freistoß. Zähne abgepfiffen. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Ja, setzt gut den Körper ein. Und jetzt haben sie den Ball. Robin Hack. Robin Hack. Sie holen sich den Ball. Toller Pass. Na, keiner kann was aus der Flanke machen. Juizius. Jetzt die Hereingabe. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Dominic Chor. Guter Steifers hier. Er spielt den Ball. Da ist die Szene vorbei. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Immer noch diese Szene. Exzellenter Konter. Das stimmt eigentlich alles. Nur der Treffer fehlt. Ja, war gut gemacht. Und wir sehen, das ist ein Mittel, das zum Erfolg führen kann. Chor. Nachspielzeit eine Minute. Er schießt. Der Ball zappelt dem Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. Kurz vor dem Pausenpfiff fällt doch noch das Tor. Es ist der Ausgleich. Ein wichtiger Treffer. Psychologisch vor allem wichtig. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1-1. Und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden. Er macht heute bislang eine gute Partie für dich. Wie siehst du es? Er hat den Ausgleich kurz vor der Pause gemacht. Gute Leistung. Mit dem Unentschieden gehen wir wieder rein in diese Partie. Jetzt geht es los mit dem zweiten Durchgang. Jetzt suchen sie die Lücke. Aber dann wären sie zu leichtsinnig. Ballverlust. Der war weit weg. Aber kein schlechter Schuss. Guter Versuch aus der Distanz. Da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. Es gibt einen Wechsel. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Da ist die Flanke. Sie können nicht klären. Sie sind weiterhin Bedrängnis. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Die Flanke jetzt. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Gute Balleroberung. Was machen sie draus? Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Jetzt wird hier gewechselt. Sie sind auf dem Papier das bessere Team. Aber richtig gute Chancen sind nach wie vor Mangelware. Und dann darf man sich nicht wundern, dass es nur unentschieden steht. Das ist natürlich ein guter Pass. Da holen sie sich den Ball mit diesem Zweikampf. Sie spielen steil. Gefährlich. Macht sie gut. Aber dann dieser Steilpass. Ja, kommt ein bisschen spät. Und dann ist die Fahne oben. Dann kommt der Abseitspfiff. Ist schon ärgerlich. Da hätten sie mehr rausmachen können. Sie werden hier wechseln. Die Nummer 22. Kämen Stül. Chor. Lee J. Sung. Jetzt ist es vorbei. Schlecht verteidigt. Mainz weiter im Ballbesitz. Aber er muss aufpassen. Da kommt er raus und hält den Ball. Gut dazwischen gegangen. Das könnte gefährlich werden. Gute Chance. Den Schuss verzieht er. Keine Gefahr für das Tor. Sie wechseln jetzt. Schöpf. Guter Pass jetzt. Dominik Chor. Vielleicht die Führung jetzt. Und er behält hier die Übersicht und macht das Tor. Da freut er sich. Aber da gibt es doch keine Gegend. Und dann fällt das Tor. Ihr seht es ja hier in der Wiederholung. Da schläft die komplette Ampere. Das sieht man auch nicht ganz so oft. Jetzt steht es hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. Klasse Pass. Er passt auf. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt ist er auf und da vorne macht er das Tor. Das ist der Ausgleich. Ganz stark. Bis zum Schluss immer dran. Und jetzt belohnen sie sich. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2 zu 2. Karim Onizivo. Eine sehr gute Möglichkeit. Das ist die Chance zum Sieg. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Riesenjubel auf der einen Seite. Niedergeschlagenheit auf der anderen. Was für ein Tor. Und ich glaube das war es. Niedergeschlagenheit. Niedergeschlagenheit. Nur noch mal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. so drei minuten sind noch zu spielen jetzt 3 zu 2 also da ist alles drin wird hier noch mal gefährlich sie wollen unbedingt den ausgleich oder wenn sie doch noch gestoppt das war eine gute gelegenheit chance vertan die kugel ist weg das war schon tor nummer drei richtig gut drauf wieder macht das tor das ist nummer drei da sehen wir es noch mal wieder stark gemacht die frage ist mehr als diese niederlage war heute also für die gastgeber nicht drin